Neues Deutschland ist eine überregionale Tageszeitung mit Leserschwerpunkt Ostdeutschland. Die Zeitung mit Sitz in Berlin versteht sich als sozialistische Tageszeitung, sie hat die Rechtsform einer GmbH. Die verkaufte Auflage beträgt 29.027 Exemplare, ein Minus von 55,5% seit 1998. Von 1946 bis 1989 war die Zeitung in der DDR das Zentralorgan der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ab Dezember 1989 bis Anfang 2007 befand sich die Zeitung über eine GmbH im Besitz der Nachfolgepartei PDS. Sie gehört seither jeweils zu 50% der föderativen Verlags-Consulting- und Handelsgesellschaft im BHFVAC. Treuhänderisch für die Partei Die Linke mit 50% Normalkapital und der Kommunio-Beteiligungsgenossenschaft EG. Chefredakteur der Zeitung ist Tom Strohschneider. Geschichte Sowjetische Besatzungszone und DDR Das neue Deutschland entstand als Lizenzzeitung 1946 im Zuge der von der sowjetischen Militärverwaltung, betriebenen Zwangsvereinigung von SPD und KPD der damaligen sowjetischen Besatzungszone zur SED. Von der Smart wurde eine Auflage von 400.000 Exemplaren mit einem Umfang von vier Seiten genehmigt. Die erste Ausgabe des Zentralorgans der SED erschien am 3. und 20. April 1946 im Anschluss an den Gründungsparteitag und ersetzte Parteizeitungen der SPD und der KPD, die ihr Erscheinen einstellten. Der Name Neues Deutschland ist auf die damalige Bestrebung der deutschen Kommunisten zurückzuführen, ein anderes antifaschistisches, sozialistisches, eben Neues Deutschland aufzubauen. Er geht zurück auf eine kommunistische Exilzeitung in Mexiko, die 1942-43. zunächst als Alemannia Libre und ab Januar 1945 als Nueva Alemannia erschien. Als der Begriff Deutschland vor dem Hintergrund der Zwei-Staaten-Theorie um 1970 in der DDR problematisch wurde, wurde zunehmend die Abkürzung ND bevorzugt. In der DDR war die Zeitung eines der wichtigsten Propaganda-Werkzeuge der SED und des von ihr beherrschten Ministerrates. Die Konzentration auf die Partei und Staatsführung der DDR ging so weit, dass in einer Ausgabe vom 16. März 1987 anlässlich der Eröffnung der Leipziger Messe 43 Fotos von Erich Honecker, dem damaligen Staatsratsvorsitzenden und Generalsekretär des ZK der SED zu sehen waren. Den innerhalb der SED-Nomenklatura sehr einflussreichen Posten des ND-Chefredakteurs bekleideten neben anderen die Spitzenfunktionäre in Partei und Staatsapparat Rudolf Herrnstadt, Georg Stiebi, Hermann Achsen, Joachim Hermann und Günter Schabowski. Im Gegensatz zu den sonstigen DDR-Tageszeitungen verfügte das Neue Deutschland über ein größeres Format und eine überdurchschnittliche Papier- und Druckqualität von westlichen Regierungen wurde das Neue Deutschland als diplomatische Stimme der SED wahrgenommen. Vor der deutschen Wiedervereinigung hatte das ND eine Auflage von einer Million Exemplaren und war damit nach der Jungen Welt die DDR-Tageszeitung. Mit der zweithöchsten Auflage danach sank die Auflage kontinuierlich auf eine verkaufte Auflage von derzeit 29.027 Exemplaren. Obwohl seit längerem alle großen Tageszeitungen in Deutschland davon betroffen sind, stellt die Altersstruktur der Leserschaft das ND vor besonders große Probleme, da die Mehrzahl der Leser bereits über 60 Jahre alt ist. Nach der Wiedervereinigung die Zeitung erscheint in einer Bundesausgabe und einer Regionalausgabe für Berlin und Brandenburg. Nach eigenen Angaben ist sie in den östlichen Bundesländern die am meisten verbreitete und gelesene über regionale Tageszeitung. Chefredakteur war von 1999 bis 2012 der Mitbegründer und frühere Bundestagsabgeordnete der Grünen Jürgen Rehns, der zuvor Pressesprecher der PDS-Bundestagsfraktion gewesen war. Von Juli bis Dezember 2012 teilte er sich das Amt mit Tom Strohschneider, der seit Januar 2013 alleiniger Chefredakteur ist. Rehns folgte Rainer Oschmann, der zusammen mit seiner Stellvertreterin Brigitte Zimmermann nach Richtungsstreitigkeiten mit der Geschäftsführung den Rücktritt erklärt hatte. Oschmann war bereits während seiner Zeit als Chefredakteur aus der PDS ausgetreten. Im Januar 2006 übernahm Olaf Koppel die Geschäftsführung von Dietmar Bartsch. Seit Ende Oktober 2005 arbeitet die Redaktion wieder an ihrem alten Standort am Franz-Mehring-Platz in der Nähe des Ostbahnhofs in Berlin, nachdem sie seit 1993 ihren Sitz im ehemaligen Osthafen-Kraftwerksgebäude an der Elsenbrücke gehabt hatte. Profil, das neue Deutschland steht politisch der Partei Die Linke nahe. Im Selbstverständnis der Zeitung besteht ihre Aufgabe darin, einerseits dem Osten eine Stimme zu geben, zum anderen das Geschehen aus einem demokratisch-sozialistischen Blickwinkel zu betrachten, ohne sich aber als Organ der Linken oder einer anderen Partei zu verstehen. Die Linie der Zeitung wird nicht vom Verlag, sondern vom Chefredakteur bestimmt. Dennoch prägen zahlreiche Berichte über Politik und Parteileben der Linken die Blattrichtung. In den Feuillto- und Gesellschaftsseiten überwiegen ostdeutsche Themen, während politische Themen zunehmend unter einem vor allem linken, gesamtdeutschen Blickwinkel betrachtet werden. Dabei kommen auch Autoren und Meinungen zu Wort, die aus verwandten politischen Strömungen stammen. Otto Köhler, Friedrich Scholemmer sowie zahlreiche Kritiker aus der politischen Linken und der Linkspartei, etwa aus der SAV, der früheren WASG und dem autonomen Spektrum sind mit Gastbeiträgen vertreten. Regelmäßige Bestandteile der Zeitung sind außerdem Ratgeberseiten, TV-Programm, Anzeigen, Kolumnen, Themenseitengewerkschaften, Gesundheit, Umwelt, Bildung, Europa, Sport sowie Literatur. Die Leserbriefseite der Zeitung wurde häufig von anderen Medien als Gradmesser interner Debatten in der Partei Die Linke zitiert. Von November 2006 bis November 2008 wurde monatlich eine Jugendbeilage namens SACO und M. Vanzetti beigelegt, die auch unabhängig von der Zeitung an ostdeutschen Universitäten verteilt wurde und seit März 2007 gibt es eine digitale Version der Tageszeitung, ND LePapa, die ab 22 Uhr am Vorabend des Erscheinungsdages abgerufen werden kann. Quelle, Website, Recherchen der Tageszeitung ergaben 2011, dass in der regelmäßig erscheinenden Beilage ND Extra von Werbekunden bezahlte und teilweise von diesen verfasste Zeitungsbeiträge veröffentlicht wurden, die nicht wie von den Pressegesetzen der Länder vorgeschrieben als Anzeigen gekennzeichnet sind. Diese Artikel seien außerdem günstiger als konventionelle Anzeigen. Nachdem dies anfänglich dementiert wurde, räumte das ND später ein, bei der Erstellung des ND Extra auf Inhalte externer Verfasser zurückzugreifen, behauptet aber, dass es sich hierbei um nicht kommerzielle Vereine und Organisationen handele, bei denen sich diese an den Kosten für Druck und Vertrieb Beteiligten es entstehe, hierdurch jedoch kein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis, das die redaktionelle Unabhängigkeit der Zeitung gefährden könnte. Der Verlag hatte sich allerdings auch bereit erklärt, den Text eines Autoherstellers abzudrucken. Das Bundesfamilienministerium unter CDU-Ministerin Schröder bezeichnete die Zeitung als teilweise linksextremistisch. Auf Anfrage der Linke-Fraktion hin äußerte sich das Ministerium 2012 wie folgt. Die Tageszeitung Neues Deutschland weist gelegentlich Beiträge mit linksextremistischen Bezügen auf. Insbesondere wird auf linksextremistische Veranstaltungen hingewiesen. Ministerin Christina Schröder bezog sich zudem auf angebliche Berichte des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die es nicht gab. Auflage Das Neue Deutschland gehört zu den Deutschen Tageszeitungen mit den größten Auflagenverlusten der vergangenen Jahre. Die verkaufte Auflage ist seit 1998 um 55,5 Prozent gesunken. Sie beträgt gegenwärtig 29.027 Exemplare. Das entspricht einem Rückgang von 36.234 Stück. Der Anteil der Abonnements an der verkauften Auflage liegt bei 89,6 Prozent. Entwicklung der verkauften Auflage Chefredakteure, bisherige Chefredakteure des Neuen Deutschland, Redakteure und bekannte Autoren. Christoph Butterwege von August 2012 bis 2013 in der Kolumne der Krisenstab. Katrin Gerloff, Kolumnistin der Rubrik Flattersatz ab 2013. Gerhard Hanel-Oser ist freier Autor. Ernst Rühl bis 2013 Kolumnist der Rubrik Flattersatz. Hans-Dieter Schütt ist 1992 bis 2013 Feuilleton-Redakteur beim Neuen Deutschland. Sarah Wagenknecht seit August 2012 in der Kolumne der Krisenstab. Matthias Wedel bis 2013 Kolumnist der Rubrik Flattersatz. Bernd Säler Kolumnist der Rubrik Flattersatz. Brigitte Zimmermann bis 2003 Ehemalige Redakteure und Autoren Jürgen Elsässer Otto Trilic war Auslandskorrespondent des Neuen Deutschland. Beteiligungen und Kooperationen Die Verlagsgesellschaft hält Anteile an diversen Vertriebsfirmen, unter anderem 51 Prozent der MVVG-Medien. Versand- und Vertriebsgesellschaft MbH und Minderheitsanteile an neun weiteren Pressevertriebsgesellschaften. Sie besitzt 90 Prozent der Tochterfirma Grundstücksgesellschaft Franz Mehring Platz 1 GmbH. Mehrfach gab es Werbekooperationen mit der Wochenzeitung Freitag. Erscheinungsbild Mit der Ausgabe vom 30. September 2011 erschien das Neue Deutschland das letzte Mal im alten Design. Mit dem Relaunch ging auch ein Wechsel bei der Schreibung des Namens der Zeitung einher. Mit der Ausgabe vom 1. Oktober 2011 wurde aus Neues Deutschland die neue Eigenschreibweise Neues Deutschland. Zusätzlich erhielt die Zeitung ein völlig überarbeitetes Design und einen neuen Zeitungskopf. Eine weitere Überarbeitung des Erscheinungsbilds erfolgte im Oktober 2013. Auszeichnung Im Jahr 2015 erhielt die Zeitung einen Lied Award in Bronze in der Kategorie Zeitung des Jahres. Die Sonderausgabe Danke, Befreier. Anlässlich des 70. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland erhielt eine Auszeichnung in der Kategorie Beitrag des Jahres. Die Sonderausgabe Die Sonderausgabe